Hallo und haaaaaaach, ich bekomme hier ein WACKET LEAGUE SHOP Video. Wir gucken mal wieder im WACKET LEAGUE SHOP Leute los geht es. Hier oben haben wir gigas wunderschöne AUKKO vor 800 WACKET LEAGUE COIN. Den haben wir hier gigas lackige und vor geilhunger WACKET LEAGUE COIN. Den haben wir hier gigas wunderschöne AUKKO vor 800 WACKET LEAGUE COIN. Den haben wir gigas lackige und vor geilhunger WACKET LEAGUE COIN. Den haben wir hier gigas AUKKO reifen im lila vor 900 WACKET LEAGUE COIN. Den haben wir hier gigas animationen die hinten auf den AUKKO kommen. Vor geilhunger WACKET LEAGUE COIN ist völlig ok. Geht mega geil auch. Den haben wir hier gigas AUKKO reifen vor 900 WACKET LEAGUE COIN. Und die ging mega gut auch. Und dann haben wir Core Animationen vor 2200 WACKET LEAGUE COIN. Da kommen wir in Reifenwagen auch. Gibt ja luchtig auch. So dann kommen wir mal kurz Event Shop. Ok da hat sich was geändert. Ja da haben wir jetzt die gegassen hier in die Event Gange. Und die gegassen. Ja. Big Ball wird auch giga Big Ball. Das bleibt 6 Kage. Ok dann haben wir hier noch bei die Event Gassen immer noch G.07. Dann haben wir das immer noch. Das immer noch. Das immer noch. Das immer noch. Das sind gut viele Gassen gegangen. Und das haben wir hier noch. Das haben wir hier noch neu bekommen. Ja das haben wir neu bekommen. Wie rauch ich ja. Das ist neu genau. Das haben wir neu bekommen. Das haben wir neu bekommen. Leute. Okay. Und ja. Liebe Leute. Das war es wieder mit dem WACKET LEAGUE SHOP Video. Und ich glaube mal. Highlight heute im Shop. Ist meine meine und nach liebe Freunde. Die wunderschönen Gassen. Wunderschönen Gassen. Die auf den Alkohol hinten drauf kommen. Und natürlich die Chorangemarschung. Und die Reifen. Die Alkoholreifen sind schön. Und ja. Die 4 Keile sind wunderschön. Das hier ist schön. Das ist schön. Und das ist schön. Und das ist schön. Das ist heute Highlight und Shop von mich. Und die Vorgaben. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuka.